Neun Jahre ist es nun her, als ich dich zum ersten Mal sah. Graus, schwarz, ein blaues Leuchten. Ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich konfigurierte dich mit all meinen Skills, installierte dir Spiele, zeigte dir die Möglichkeiten des Internets. Und dann, dann waren da noch die Let's Plays. Wie aufopferungsvoll du die Nächte durchgemacht hast, nur damit ich am Morgen vor der Arbeit auf Upload drücken konnte. Wir beide waren schon ein tolles Team. Erinnerst du dich an deinen dritten Geburtstag? Ich schenkte dir eine GeForce 9800GT, die du auch heute noch liebst. Nicht zu vergessen die zusätzlichen 2 GB RAM, die ich dir vorletzten Weihnachten einbaute. Und immer wieder hast du es mir mit stabiler und zuverlässiger Rechenleistung gedankt. Doch nun... Nun heißt es Abschied nehmen. Ich will dir wahrhaftig keinen Vorwurf machen. Du wurdest fast doppelt so alt wie die anderen PCs, die ich zuvor hatte. Da ist es kaum verwunderlich, wenn du nun die Videos nicht mehr korrekt verarbeiten kannst, beziehungsweise es um die vierfach an Zeit dauert. Und glaub mir bitte, du wirst nicht wie deine Vorgänger ausgeschlachtet. Ich werde dich in guten Händen weiterreichen und eine Träne dabei verdrücken. Irgendwann muss jeder gehen. Und andere werden dafür kommen. Nur noch wenige Tage. Dann wird es wieder regelmäßige Videos geben. Auf Full HD. Freut euch drauf. Und danke für eure Geduld. Und danke für eure Geduld.